Hi Leute, ihr fragt euch bestimmt, warum heute kein Let's Play kommt von blöde Zeit. Ich habe mir gedacht, weil heute Sonntag ist und da nehme ich mir diesen Tag und möchte Danke sagen, von unserem ganzen Team aus, für 200 Abonnenten. Und wir sind richtig voll, richtig cool, wir finden es richtig cool, sagen wir mal so, dass ihr uns so supportet und uns immer so Feedback gebt und mit uns spielt und so. Und hoffen, dass wir bald noch größer werden. Und natürlich ist dieses Video nicht das einzigste, was mir, um euch Danke zu sagen, damit ihr uns immer einschaltet. Deswegen wird es heute Abend um 21 Uhr, wird es einen Livestream geben, Moment, ich gucke mal nach, ob ich nichts verkehrt sage, weil das wäre ja blöd, dass da im Moment, ähm, ne, 20 Uhr sogar, 20 Uhr. Ähm, wird es ein Live-Event geben mit dem Team Orif zusammen und ein Livestream bei YouTube. Deswegen schaltet rein, ich tue das Event dann halt erstellen. Und dann heute Abend gibt es ein richtig geiles Planet Z2 Gameplay mit richtig so, ähm, Teamplay und Anführer und, 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 also es wird richtig spaßig. Ähm, des Weiteren wird es demnächst auch noch ein Livestream mit Sven und Markus dann geben, wo wir verschiedene Spiele spielen. Alles, alles, alles spezial und, ja, deswegen nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr uns so feiert oder uns einschaltet. Wir sind richtig stolz auf euch und ich hoffe, ihr bleibt uns sehr lange treu und, ja, hoffe, dass einige von euch heute Abend reinschauen. Ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen. Von dem, deswegen dann vielleicht bis heute Abend und dann bin ich wieder raus. Tschöö.